Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, sehr spannender Sonnenuntergang. Nur ein paar Momente, weil ich glaube, die Sonne ist in wenigen Minuten schon weg. Wir sehen hier einen gut durchgebürsteten Himmel. Auch wenn man es nicht gesehen hat, es ist nicht so viel sichtbar geflogen, aber es waren doch einige unterwegs. Bitte scharf stellen. Gehen wir noch ein bisschen zurück. So, jetzt haben wir es wieder. Nein, ich probiere mal ein bisschen daneben oder darüber. Hier sieht man die Streifenmuster, sehr, sehr schön. Aber egal, trotzdem tolle Stimmung, sehr schön. Wie die Tage wieder wunderbar länger werden und ich mache wieder die Straßen unsicher. Ende.